Hältst du mich für einen bösen Menschen? Was glaubst du denn? Weißt du, was ich traurig finde? Dass du an denjenigen, der dich die ganze Zeit beschützen wollte, nicht bis zum Schluss geglaubt hast. Ja, da hast du recht. Aber nun haben sich die Dinge geändert. Ich bin nicht mehr so wie früher. Das ist ein für alle Mal vorbei. Jetzt bin ich dran. Ich werde Shiro beschützen. Und weißt du auch warum? Weil ich nicht mehr schwach bin. Ganz im Gegenteil. Verschmeiß! Was tust du denn da? Du weißt doch, was passiert, wenn du diesen Zauber einsetzt. Oder willst du etwa das Haus hinter dir zerstören? Oder auch was wohl? Aber das war es ja, bis das Haus hinteramentos. Und das war es ja. Und das war es ja. Vielen Dank.